Das Haus! Bring mich! Das Haus sei der Port! Caspar Friendly Ghost Duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh Und damit alle herzlich herzlich willkommen, die wir geanstaltet haben, zum Beispiel Play 2 Links Awakening ist. Gehen wir mal Caspar hier reinbringen, los geht's! Oh... Oh... Es wird alles so vertraut... Wie lange war ich wohl weg? Meine Blume... Meine Brille... Mein Rucksack... Ach ja... Wie früher... Nostalgie... Ja, so Nostalgie-Scheiße! Macht auch vieles kaputt, Nostalgie, oh ja. Aber Nostalgie kann auch was Schönes sein. Wie habe ich den Geisteswobb gefunden? War das einfach nur... Oh... Oh... Halt die Gesichter, wie geil! War das einfach nur Zufall, weil ich gerade an dem Wasser war, gerade. Und da kommt der immer irgendwann random nach dem Tempel. Huhu... 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 Hey, froh sein! Immer ein bisschen auch da! Du lebst zwar nicht mehr, aber du existierst noch. Sei froh! Kannst du ewig leben jetzt! Auch wenn du da nichts mehr anpacken kannst. Aber wir sind in der Zelda-Welt. Ich glaube da... Übernehme einfach irgendeinen Körper. Genug, Friedhof, brem' mich, mein Grab. Achso, jetzt wird er zum Friedhof. Da warte ich, der Depper eben kostet eine... Ah! Der kommt mit runter, wie geil! Mist, ich wollte springen! Scheiße! Okay, dann brem' ich den jetzt zum Friedhof. Häu... Warte mal! Da hab' ich grad was gesehen! Wartet mal! Ähm... Kann ich mal wieder das Sauberpulver benutzen? Hat aber nichts gebracht. Nö, nö, okay. Dann vergessen wir das. Kann ich eigentlich zwei Ocarinas gleichzeitig anhaben? Wartet mal. Ne. Aber die Friede hat man irgendwie immer dabei, ne? Ja, ja. Okay, jetzt wieder zum Friedhof. Ähm... Aber ich geh ganz kurz mal zum Strand hin. Weil jetzt, wo ich schwimmen kann, möchte ich mal wissen, ob ich jetzt auch ins Wasser kann. Ich hab' mir gesagt, am Strand. Nee, das darf ich nicht. Warum denn? Nee, geht doch weiter hier. Wartet mal. Was hab' ich gesagt? Über, wo es nix mehr zu holen geht, werde ich einen Dings markieren. Kann ich mehrere vor die Markierung setzen, den gleichen Jahr, ne? Ja, kann ich. Vierecke heißt, da ist nichts mehr. Kreis kann weg. Da ist nichts mehr. So. Ja, ich sprich... Ja, ich glaub' ich... Mein Grab wird, glaub' ich, auch bald neben deinem sein, wenn ich so weitermache, ey. Was war denn hier nochmal? Ja, keine Ahnung, der kommt noch. Keine Ahnung. Oh nein, ich hab' den Timer nicht gesetzt. Scheiße. Wie lange nehm' ich schon auf? Äh, fünf Minuten nehm' ich gerade auf. Nee, ist nichts, ne? Aua. Na gut dann. Warte mal. Bevor wir da hingeben, geh' ich mal ganz kurz eben in die Kran-Kamelle rein, weil ich wissen, ob ich irgendwas Neues kaufen kann. Ja, ich bring' dich in deinen Grab, keine Sorge. Aber ich möchte kurz mal ein paar Sachen überprüfen. Au. Ach so, der darf noch so, der lässt mich gar nicht. Ob die schreien. Warte mal. Mh, okay. Mein Grab. Warte mal, ich gebe da was Neues in der Kran-Kamelle. Ich mache ja 100% letztes Jahr gesagt, naja, ja, mache ich. Oh, Cheep Cheep. Kann das der Seite noch rausrollen? Ne, geht nicht. Er will es aber versuchen, ne? Dieser Cheep Cheep, ey. Ja, ich möchte nochmal, ich möchte mal gucken, ob ich das Herzteil kriege. Ich lasse das auf jeden Fall, ich versuche das immer nur einmal, ne? Okay, wo bleibt er stehen? Ja, kann sein, dass ich schon wieder zu weit weg bin. Da. Alles klar. Äh, jetzt. Immer noch zu früh. Ich muss noch schneller sein. Okay. Irgendwann kriege ich das Ding schon. Irgendwann kriege ich es. Nein, ist okay. Nein. Ist okay, ich gebe mir den Cheep Cheep. So, perfekt. Aber immerhin Cheep Cheep. Wo kommt der hin? Mal gucken. Mal gucken. Ich glaube, er war hier, glaube ich, ne? Heiterung für etwas ist hier. Cheep Cheep, da war es auch. Perfekt. Ja. Sagt er irgendwas dazu? Nö, alles klar. Fehlten hier noch. Ähm, Blooper. Okay. Ja, Blooper ist der Tittenfisch. Der weiße. Die beschissenste, das beschissenste alte Mario Kart, ne? Ja, wenn er dann Titten... Also, was hat beschissen, das nutzlos ist, ist das wirklich... Ja, wow, der Titten sich voll, da siehst du nix. Wow, ey. Das macht auch so einen Unterschied, ganz ehrlich. Hm, was mache ich hier eigentlich gerade? Ich wollte gerade zu Fuß hinlaufen. Bambusteich? Cool. Autsch! Was ist denn dein Grab hier? Wartet mal. Ist dein Grab vielleicht das Einzelne hier hinten links? Hier das? Weil das sind rosa Blumen. Oh, rosa Blumen. Wartet mal, kriege ich von dem dann gleich die eine Blume, die ich brauche? Weil eine Frau wollte doch so eine Blume haben. Ja, ist es. Wer ist das denn überhaupt? Werden wir jetzt herausfinden, ne? Oh, danke. Mein Schatz, für dich nutze ihn. Tschüss. Geil, er ist ins Licht gegangen. Wir haben ihm geholfen. Du hast die Feenflasche erhalten. Sie erscheint groß genug für eine Fehl zu sein. Also, wann sind das doch diese Feendinger? Ja, aber angeln kann ich trotzdem immer noch nicht. Oh, endlich. Da bist du wieder. Um in das große Fischmau zu gelangen, musst du einer Stelle der Zwergenbucht tauchen. Du kommst dem Windfisch immer näher. Die Zeit des Erwachens ist nicht mehr fern. Warte mal, ich möchte mal kurz was abspeichern. Denn, äh, speichern wir mal eben. Da unten links der Grabstein. Steht da jetzt eins? Ne, ne? Ja, wir haben immer noch den ersten, zweiten. Ne. Ach, warte, die konnte. Hier war ein Herzteil, ne? Ja. Ähm. Ich hab immer noch keine Ahnung, was das hier mit den Dinger auf sich hat. Boah. Oh, wollte ich gar nicht. Jawoll. Jawoll. Ich hab reingekickt. Scheiß Kränen, ey. Ich hab immer wieder da reingezogen, habt ihr gesehen. Ähm. Ja, genau. Ähm. Ein Herzteil. Da war ne, da sind Feen. Da ist ne Fee, wo ich mich auffallen kann. Ja, wieder auch. Ähm. Gehen wir mal da hin. Ja. Gehen wir jetzt mal ein paar Sachen abgrasen, Leute. Ja. Ja. Gehen. Ah. Gehen wir es mal sobald. Sollte Aber man kann aber trotzdem nur so und so viele Sätzen. Oh. Oh, warte. Wartet mal. Sponti wieder neu. Du hast eine Fehl in der Flasche gefunden. Lass sie frei, wenn sie dich heilen soll. Alles klar. Also mittlerweile wird das Inventar schön voll. Fällt mir. Na, ist noch was. Oh. 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 persönlich auch wirklich nur für mich, damit ich wirklich weiß, dass ich da nicht mehr hin muss, erstmal. Also, oben war ich auch. So, ähm. Das habe ich auch, das Herzteil. Ich kann eigentlich den Vater von den Kindern eben retten gehen, wenn ich mal dabei bin. Oh, bin ich richtig? Ich bin auch schon richtig, oder? Oh, zwei Schreine. Einer im Norden, von ihr. Der andere im Süden. Gehe erst nach Süden, wo die alten Oehen von Windfisch erzählen. Die Reise lohnt sich bestimmt. Das ist ja auch egal, ich bin erst hier nur hingegangen, weil, äh, eine... Komische... Alter, was ist denn da oben alles, ey? Sind alles hunderter Rubine, mein Gott. Ach so, das sind die ganzen Stromschnellen. Ach so. Ich möchte erst mal ein bisschen hier umgucken, ob ich hier irgendwas noch finde. Ah, da war der Wasserfall gewesen. Ah! Ah! Herzteil. Das habe ich nie gesehen. Oh, wir haben vier wieder, geil. Neun Herzcontainer. Ah, jetzt fängt das unten an. Ach klar, dann gibt es noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Herzteile. Also neun Herzcontainer. Hat sich ja gedroht bisher. Trotzdem fehlt mir immer noch der Enterhaken. Ähm, wie komme ich denn da oben hoch? Ach gar, hier war der Typ, hier stand doch irgendwo der Typ, ne? Gar nicht. Da komme ich noch gar nicht hin. Äh, äh. Ich kann ja noch gucken. Komm, spring. Na, bin ich auch nicht drauf, aber okay. Ne, das kann ja immer noch nicht. Also, springen. Upsa. Wir haben immer mal ein PC gespuckt hier, ey. Und gespuckt. Boah. What an explosion. Explosion. Explosion, man. Der beste Held in deiner Stadt. Ja, gut. Ja, gut. Ähm. Joa, hören wir da hin. Wie auch, hat der gesagt, erst nach Süden, ne? Oh, wir können mal gucken, ob wir da gerade genug Muscheln haben. Wie viel haben wir denn gerade? Äh, 13. Gucken mal, ob die reichen. Hm. Schade. Okay. Aber jetzt wissen wir, wofür die Muscheln sind. Ich habe bestimmt so viele Muscheln eh schon verpasst. Naja, natürlich. Boah, ein starkeres Schwert wäre nicht schlecht für die, ey. Ich bin, ich bin ja echt bisher mal Game Over gegangen. Nee, ne? Oh, das hätte ich nicht sagen sollen. Überholen wir mal eine Stelle, wo ich tauchen musste. Ah, genau, hier war es. Ich mag diese Fische überhaupt nicht, nein. Ähm, oh. Okay. Oh, da. Oh, da. Das war's für heute. okay wo ich habe das gewohnt mehr mir geht's gut okay krzywek hier Ah, sieh meiner an. Teilteilhöhle. Ah, da sind die Stromschnellen. Möchtest du dich auf einen Fluss, die Stromschnellen wagen, dann ab an die Kasse. Noch kein Rekord aufgestellt, versuch es nochmal. Cool. Äh. Ich hab halt Stasse gedrückt. Au. Hattest du nicht eben noch ein Schild? Hat dieses Ding ihn gefressen? Achso. Oh. Das erkennt, warum man das Schild immer wieder neu kaufen kann. Aber falls man das Schild einfach verliert und nicht mehr weiß, wo es ist, dann kann man sich Neues einfach holen. Okay. Okay, Leute. Da würde ich mal sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, die Stromschnellen machen wir im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal. Euer Dageviren. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Untertitelung des ZDF, 2020